Herzlich Willkommen bei BrandsigTV, ich bin Chris Grim. Willkommen zu einem neuen Bowling Center Review hier auf unserem YouTube-Kanal. Ich befinde mich im schönen Bayern, genauer gesagt in Rottendorf bei Würzburg. Dieses kleine 8-Bahn-Bowling Center hat eine Menge zu bieten. Und warum hier ausgerechnet auch der Sport sehr im Vordergrund steht, ist auch heute hier bei BrandsigTV. Bleibt dran! Hallo und herzlich Willkommen aus dem Norden Bayerns, genauer gesagt aus Rottendorf. Dieses kleine 8-Bahn-Center wird euch heute einmal etwas näher vom Center-Betreiber selbst vorgestellt. Daher nun ein paar Worte von Robert Griefe. Ja hallo, mein Name ist Robert Griefe. Ich mit meiner Frau zusammen führen dieses Geschäft seit November 2018. Neben den ganzen Hobbyspielern auch ganze Sportspieler. Wir sind relativ viel noch im Umbau, sind seit geraumer Zeit dabei, alles ein bisschen general zu überholen, um es sowohl den Sportspielern wie auch den Hobbyspielern so angenehm wie möglich zu machen. Wir haben die Möglichkeit in einem Nebenzimmer, Darts bei unserer Darts-Mannschaften. Wir können auch Darts anbieten, aber wie gesagt, letztendlich steht im Mittelpunkt unsere 8-Bahn-Anlage und wir haben kleine Bereiche, wo auch dementsprechend gespielt werden kann. Von vornherein kann ich gleich dazu sagen, wir haben nicht wie die meisten Bowling-Center irgendwelche Billardtische oder irgendwelche anderen Kleinigkeiten, sondern wie gesagt Schwerpunkt Bowling und halt ein kleines Nebenzimmer, wo halt Darts gespielt werden kann. Wenn ihr gerne vorbeischauen wollt, kommt direkt live vorbei oder ihr findet uns auf der Homepage sowohl Rottendorf oder Bowling-Center-Rottendorf.de. Auf der Google-Seite sind wir jederzeit zu finden, wir haben auch ein Facebook-Account, also dementsprechend jeglichen Fast-Social-Media-Kanälen werdet ihr uns irgendwo finden. Wie bereits von Robert erwähnt, hat auch der Sport-Bowling-Bereich hier einen sehr hohen Stellenwert in Rottendorf. Sportbegeisterte Bowler freuen sich vor allem einmal im Jahr auf ein absolutes Highlight, denn einmal im Jahr findet hier in Rottendorf der legendäre RoboCup statt. Mit YouTube-Live-Übertragungen von unseren Kollegen und Freunden vom EMAX Bowling-Kanal. Aber auch Fußball-Fans sind hier im Bowling-Center Rottendorf herzlich willkommen. Kommt sehr gerne mal vorbei und schaut euch doch gerne mal ein Spiel der Klubberer live in Rottendorf an. Und am Wochenende leuchten auch hier im Norden Bayerns die Bowling-Bahn unter Schwarzlicht. Disco-Beleuchtung und fette Beats sorgen hier im Bowling-Center Rottendorf für Spielspaß und Spannung für Jung und Alt. Ja, das Bowling-Center Rottendorf kommt sehr gerne mal vorbei. Ja, liebe Leute, das ist das Bowling-Center hier im schönen kleinen Rottendorf. Hat wieder eine Menge Spaß gemacht. Vielen Dank, dass wir hier drehen durften. Wenn auch jemand in der Nähe seid, kommt sehr gerne mal vorbei. Das Team freut sich auf euren Besuch. Und wenn euch das Video gefallen hat, macht gerne einen Daumen nach oben und abonniert kostenfrei unser Kanal BrunswickTV. Ja, ich würde mal sagen, ich glaube, ich gehe noch mal rein und trinke noch ein cooles Bierchen. Wenn ihr euer Bowling-Center, euren Pro-Shop oder Bowling-Verein bei uns gerne vorstellen lassen möchtet, schreibt uns eine E-Mail an kämpf-at-brunswick-bowling.de. Hier gelangt ihr noch zu ein paar anderen Videos. Schaut euch gerne mal unsere Ball-Videos an oder ein anderes Sender-Review. Das soll es soweit gewesen sein. Bis zum nächsten Mal hier auf BrunswickTV. ...